Und hier Biesamratten, Maulwurfsratten, die sie denn noch heißen mögen. Na, kommt schon. Ach, kämpfen die unten gegeneinander. Ah. Ja, machen wir platt. Aber es war klar, dass es nicht so ohne weiteres hier einfach sein kann, dass es hier irgendwas gibt. So. Oh, wir wollen mal aufs Beste. So. Aha, okay. Und jetzt? Wie kommen wir da jetzt ran? Ich weiß ja gar nicht, wo würde ich denn, dass ich hingehe. Wer hat deiner Meinung nach dem Krieg eigentlich gewonnen? Wurde niemand. Hm. Okay. Hier unten ist nix. Ja, niemand hat er recht. Niemand hat den Krieg wirklich gewonnen. Es hat alle total getroffen und kaputt gemacht. Müssen wir gleich nochmal gucken und darauf achten, wo wir hin sollen. Was verwirrt denn, was verwirrt denn mich halt was? Komisch. Hier vielleicht in die Mitte. Ist das hier irgendein Terminal oder irgendwas? Hm. Nö, eigentlich auch nicht, ne? Komisch. Sehr seltsam. Hier vielleicht? Auch nicht. Aber wo soll ich denn dann hin? Nee, draußen kann er ja nicht anzeigen. Das wäre ja unsinnig. Aber wir können mal hier runtergehen. Hier sind wir noch nicht runtergegangen. Hm. Hier gibt es auch nichts. Mal gucken, was sagt in die Missionsbeschreibung. Achso, hier. Finde das Atombombenlager. Hm. Ja, gute Frage. Ich könnte jetzt höchstens versuchen, eine zu ordern, damit ich dann rausfinde, wo das dann ist. Das können wir mal machen. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Hä, irgendwo muss das ja sein, ne? So. Gut. Ups, Entschuldigung. Schauen wir mal. So. Mal gucken. Achso. Hat die Tür jetzt wieder aufgemacht? Nee. Ach, der kommt. Hm. Ich muss irgendwo noch ein Terminal haben, wo ich darauf zugreifen kann und ein Abschlussbefehl oder sowas geben kann. Das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, dass es hier nichts gibt, entsprechend. Gucken, was haben wir denn hier. Status inaktiv, okay. Vielleicht war hier unten noch eins mit aktiv. Hm. Und hier kann ich nicht rein, ne? Hier kann ich nur darauf zugreifen. Das ist anscheinend auch ein Toilett- oder Lagerraum oder irgendetwas. Das bringt mich jetzt nicht so weiter. Hm. Nee, das macht's auch nicht. Jetzt gucken. Nochmal hierauf. Startsequenz ein, nein. Haben wir jetzt gerade echt in der Turmummel gestartet? Hm. Okay, die Türen sind jetzt heute geschlossen. Jetzt hat sich jetzt aber nichts verändert. Ist ja seltsam. Ach, hier, da, guck mal. Da geht's weiter. So. Ihr seid alle so hässlich. Übel, oder? Glück gehabt, ey. Hm. Hm. Hehehehe. Sehr schön. So. Also, halt mal schnell speichern, ne? Gut, der ist anscheinend schon hinüber. Ah, hier irgendwo muss ja dann das Lager sein, ne? Wo sie die Atomwaffen ständig herbekommen haben. Okay, sieht aber noch, das sieht nach einem normalen Menschen aus. Guck mal. Ah, das ist ja krass. Ach, Kinder des Atoms waren hier unten. Okay. Ach, dann sind die mutiert. Dann haben die das hier reingefunden. So nach dem Motto, oh, Atomwaffen. Ja, noch mehr Atomen. Hey, cool. Komm, siedeln wir uns hier unten an. Und dann... Tja. Wo ist das denn gewesen? Krass. Sogar seiferten sie hier. Recht ganz hier vorteilhaft, ne? Also, recht bequem, muss man sagen. Aber man hätte es schlechter treffen können. Ja, gut. Wie immer, irgendeine kranke Sekte. Menschen. Das setzt einem manchmal echt zu. Ja, Menschen. Ja. Wie er ausweicht, ne? Na, sehr gut. Also nicht, dass das eine Offenheit kommt. Schau mal, wer das ist. So, hinüber. Ach, der kriegt doch. Und das. Richtig. Alle hinweg. Karotte. Oh, cool. Ich habe eine Karotte gefunden. Noch mehr. Ne, anscheinend nicht. Wieder schnell speichern, ne? Weiß er nie. Aber wie weit weg das Lager bitte ist, ne? Krass. Wir mussten jetzt die ganze Zeit von da nach da transportieren. Hammerhart. Wie haben die das denn geschafft? Naja, das werden wir beim nächsten Mal mal weiter erkunden. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Euer Mr. Zogger. Abons. All right. notch ich bin. Und. Ich bin. Und.